Der Ungerechte wird das Reich Gottes nicht erben. Allein 22 Warnungen Gläubige von Apostelgeschichte bis Korintherbrief, das Heil nicht wieder zu verlieren. In der Bibel finden wir 80 Warnungen, dass der Mensch den Weg der Nachfolge Jesu abbrechen kann. Das widerspricht der Lehre von einmal gerettet, immer gerettet, der Lehre der Kalvinisten. Eine einfachen Lebensübergabe, die nicht nach Apostelgeschichte 2,38 erfolgt und einem theoretischen Glauben, dem keine Werke folgen. Die Bibel warnt uns davor, dass wir wieder abfallen können, wenn wir nicht an Jesus bleiben, nicht in ihm gehorsam kommen und nicht darin bleiben. Apostelgeschichte 11,23 Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Apostelgeschichte 13,43 Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Präselüten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Apostelgeschichte 14,22 Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Apostelgeschichte 26,20 Sondern ich verkündige zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollen Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Römer 1,16 Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der fortgesetzt glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Römer 2,6-10 Der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Römer 2,13 Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Römer 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 8,9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8,13 Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Römer 11,21,22 Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, wird er auch dich nicht verschonen. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, gegen die, welche gefallen sind, strenge. Gegen dich aber gute Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Römer 14,10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. 1. Korinther 3,15-17 Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. 1. Korinther 5,5 Einen solchen im Namen unseres Herrn Jesu dem Tod, dem Satan überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet wird am Tage des Herrn. 1. Korinther 6,9-10 Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Erdet euch nicht, weder Unzüchtige noch Gottes Götzendiener, noch Ehebrecher noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafenden, noch Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. 1. Korinther 9,27 Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. 1. Korinther 10,9-11 Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. All dies aber widerfuhr jenen als Schattenbilder aufgeschrieben, jedoch wurde es als scharfe Warnung für uns über die, die Enden der Zeitalter gekommen sind. 1. Korinther 15,2 Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr weiterhin festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. 2. Korinther 5,10 Denn wir müssen alle von dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. 2. Korinther 6,1 Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. 2. Korinther 11,3 Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. 2. Korinther 12,21 Ich will nicht wieder, wenn ich komme, dass mein Gott mich vor euch erniedrigt und ich viele beklagen muss, die zuvor gesündigt und sich nicht durch Sinnesänderung abgewandt haben von der Unreinigkeit und Hurerei und Ausschweifung, die sie verübt haben. 2. Korinther 13,5 Stellt euch selbst auf die Probe, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr nicht selbst zweifelsfrei, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. 2. Korinther 13,5 Stellt euch selbst auf die Probe. 7. Korinther 14,